Hallo meine Freunde und Willkommen zurück zuletzt bei Dragon Ball Zat Kakarot. Im letzten Part ist unser geliebter Vegeta von uns gegangen. Er hat sich selbst geopfert und sich selbst in die Luft gesprengt, um Buu zu vernichten. Es ist so eine Sequenz, so eine Szene von damals gewesen, dass es hier nicht mal Sidequests gibt. Es ist so eine Szene damals gewesen, ähm, Vegeta war ja schon immer mein Lieblingscharakter. Es ist damals tatsächlich so eine Szene gewesen, äh, als die, ähm, als die, äh, ausgestrahlt wurden, wurde, äh, Dragon Ball Zat lief ja 2002. Was bedeutet, ich war zu dem Zeitpunkt, äh, 12 Jahre alt. Ähm, als die ausgestrahlt wurde, ich wusste, was kommt. Weil ich die Mangas jetzt ein bisschen gelesen hab. Dementsprechend wusste ich, was kommt. Ändert nichts an der Tatsache, dass ich da Rotz und Wasser geheult hab. Ich hab da, oh mein Gott, ich hab an der Stelle damals als kleines Kind Rotz und Wasser geheult. Es war, es war fürchterlich, es war... Ja, mei. Ich war halt ein Kind, ich war 12 Jahre alt. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, ähm, ich hab auch, äh, heute bei dieser Szene immer noch, äh, leicht, äh, trainige Augen. Also es ist eine sehr, sehr, äh, emotionale Szene für mich. Eine sehr emotionale Szene für mich, ähm, weil ich halt einfach Vegeta extrem liebe. So, äh, ich will noch ganz kurz, wo es mir jetzt gerade einfällt. Ich hab schließlich jetzt den Super Saiyan 2, äh, will ich den auf Viereck? Äh, eigentlich will ich den Super Saiyan 2 immer auf Kreis haben. Dann mach ich die Kaioken auf Viereck. Die Kaioken werde ich eh niemals wieder einsetzen. Die werde ich nicht mehr einsetzen, weil die Kaioken kostet mich TP. Super Saiyan, Super Saiyan 2 und so kostet mich Ki und bringt mir einen höheren Boost. Also, es macht keinen Sinn mehr für mich, eine Kaioken einzusetzen. Außer, um stylisch zu sein, weil die Kaioken ist halt stylisch, aber... So ein Super Saiyan ist immer noch stylischer als eine Kaioken. Und hier gibt es ja leider keinen Super Saiyan Blue, weswegen ich hier keine Kaioken mit dem Super Saiyan kombinieren kann. Hey, Goku! Ist das wirklich du, Goku? Du bist live! Äh, nein, er ist tot. Das war er vorher schon. Ja, ich war hoping, du kannst mir erzählen, was passiert ist. Was war das für ein dummer Kommentar? Du lebst ja noch. Er war von Anfang an tot. So, Goku ließ seine Wunden von Dender heilen und informierte sich dann bei Krillin und den anderen über die Situation. Unglaublich. Gohan und der Supremen Kai? Das ist zu viel. Auch Vegeta wurde verabschiedet. Majin Buu. Es ist viel größer, als der Supremen Kai inizial gefeiert würde, dass es sein würde. Wenn wir, wenn wir nicht so schnell reagieren können, dann alles Leben im Universum, selbstverständlich hier auf der Erde, wird komplett aus der Existenz. Well, not all hope is lost. We've still got you, Goku. If anyone could beat Majin Buu, then it's you. I'll be honest. That's not gonna happen. I can't beat him. Uh-huh. Me and Vegeta were pretty much matched as far as power goes. And Majin Buu? He had no problem taking everything Vegeta through his way. There's no way around it. I don't stand a chance. Really? Wow. Man, this stinks! If either Gohan or Vegeta were still alive, we might have had a real chance to do something. I don't think so. No, we're gonna need more than just numbers against this guy. He really is that strong. Nah, that's not what I meant. I'm talking about fusion. Huh? Fusion? What's that? Fusion. Where two people merge, right? That's a special technique used by the Metamorons. You know about that? And you're right. I learned the technique from a Metamoron I met in Otherworld. If two people are about the same size and roughly equal in strength, they can combine with each other. Do you understand what this means? Two people can form one person with way more power than either of the original two are capable of by themselves. There is one thing you really need to keep in mind. Apparently, you can only stay combined for 30 minutes. Now it makes sense. I think I understand. You were hoping to fuse with either Gohan or Vegeta if one of them was alive. You'd form the ultimate warrior and be able to fight Majin Buu. Unfortunately, Gohan and Vegeta, they're both gone. Uh, so, this is the worst case scenario, isn't it? Goten and Trunks are sleeping inside. And they are about the same size and strength. Perhaps, they could fuse. Hey, that's a great idea, Mr. Popo. Yeah, we could do that. That'll work. Piccolo, I'm gonna do whatever I possibly can to teach the fusion technique to the kids. But it's gonna take some time. At some point in all of this, I'll need you to take over for me. Fine. I got it. This is good. There's hope for us yet? Those kids might be able to pull this off. Right. But understand, it's going to take quite a while before Gohan and Trunks are able to perform the technique. The time this will take is something others don't have. A lot of people could die before that happens. Everyone on the planet, even the planet itself, might be wiped out before then. This is a long shot, but we've got no other choice. You're right about that. Even if all of humanity gets wiped out, we've still got the Dragon Balls to bring everyone back. What's going on? It got dark all of a sudden. Wait, is that... Did someone summon Shenron? Wait, but who? Bulma had all of the Dragon Balls last, right? But she doesn't know the situation. What's she doing? Of course! Yeah, that's right. Vegeta killed a bunch of people at the World Tournament. Bulma's going to ask Shenron to bring them all back. Oh, no! If she makes all three wishes now, we'll have to wait another year. Just as Goku had predicted, Bulma and the others had summoned Shenron to bring back all those killed by Vegeta. The first wish had already been granted, but Goku was able to prevent the last two wishes from being used. Shenron disappeared and the Dragon Balls scattered, inert for the next four months. Goku then warped the confused group to Kami's lookout, where they would then all be safe from Majin Buu's Onslaught. Ja, es ist so, wenn man die Dragon Balls einsetzt, dann werden sie in alle Richtungen verstreut und sind dann ein Jahr inaktiv. Here we have an individual brought back to life with the Dragon Balls. I'm certain I was killed by Dabora. Was I brought back to life? How can that be? What's going on? Where is the Supreme Kai? Good! He's still alive! Supreme Kai! Supreme Kai! Thank goodness! I wasn't too late! Kibito! What are you doing here? I saw you die! You were blown to pieces! Indeed. I too am uncertain how I was able to come back. That's right! Kibito, we have to hurry! Gohan's in danger! Huh? We have to prevent Gohan from dying at all costs! It looks like we've come to his aid without a moment to spare. Thank goodness! Kibito, we should restore Gohan's strength once we're back in the land of the Kai's. Huh? Do you mean to tell me we are going to allow a mortal to step foot in our holy land? Yes. Now we need to hurry. He doesn't have much longer. Right! Kai Kai! What? What the? Huh? Where am I? This is the land of the Kai's. Our home world. Wait. What? Your home world? Yes. This is a holy land that even the gods and Kai's, let alone mortals, were not to enter. Wait! I thought you died. Do you have the ability to revive yourself? Unfortunately, no. My revival is just as much a mystery to me as it is to you. Uh... Uh... W-Why am I here? We hope you'll be able to use the Z-sword to defeat Majin Buu. You should have what it takes to utilize that sword and its power. Huh? The Z-sword? Are you sure about this, Supreme Kai? The Z-sword is not a weapon that a mere mortal could ever wield. Not possible. Neither I nor countless other Supreme Kai's could ever make use of the legendary sword. As you were dead, Kibito, you haven't seen how truly remarkable Gohan's power is. At any rate, we should at least try. Come with me. You'll need some more suitable clothes. Whoa. Huh. Kibito and I are wearing matching outfits. It's kind of embarrassing. Okay. Hier gibt's ein bisschen was, aber nicht viel. Schauen wir mal, was es hier für Mineralien gibt. Das würde mich jetzt nur mal interessieren, ob es hier spezielle Mineralien gibt. Oh, was haben wir denn da? Eine Katsching-Sperre auf Stufe 50. Warum baut man hier eine Sperre mit Stufe 50 ein? Man kommt hier erst hin mit einem viel höheren Level. Wow. Hier gibt's viel. Okay, das ist, äh... Das ist nichts Besonderes. Ja, das ist alles nichts Besonderes. Das habe ich alles schon mal. Ich glaube, weißer Meteorit ist es, was ich brauche, aber... Das war da jetzt leider nicht dabei. So, ich will jetzt noch ganz kurz schauen. Es gibt hier in der Welt eh sonst nichts. Deswegen schaue ich ganz kurz, was es hier so... Was es hier so gibt. Schon wieder eine Katsching... Ah, okay. Die ist jetzt auf Stufe 80. Alles klar. Okay, die ist jetzt wenigstens auf Stufe 80. Die macht Sinn. Right? Das klingt ziemlich cool. Aber ich wundere, was es könnte sein. Okay. Holen wir uns das Z-Schwert. Whoa. Das ist die Z-Schwert? Das ist die Z-Schwert. Huh. Now, please try to remove it. To the best of my knowledge, no one has been able to remove this blade. So, I just need to pull it out, huh? Sounds like something out of a storybook. So, uh... I'm supposed to pull out this Z-Z-Sword, but then what happens? Legends say you will be imbued with immense power. Perhaps even enough power to destroy Majin Buu. What? What? Really? I guess that means this thing's pretty sharp. I'm kind of scared now. You can't remove the sword, so you have nothing to fear. Kibito, please be quiet. Gohan must concentrate. Please, Gohan. Try to remove the sword. Huh. All right, here goes. It's no use. It won't budge. Hmm. All right. Let's try this, then. Super Saiyan? Well, I doubt that'll change anything. It's no use. Several Supreme Kais before you have tried, and also failed to remove the blade. Why would a mere mortal succeed? Hmm? Look, he did it! I... I can't believe it! Yeah, it's so, wenn man die Dragon Balls sammelt, Shen Long beschwert und seine Wünsche äußert, dann sind sie ein Jahr zu Stein. Und wenn jetzt eben ein Shen Long ist, der mehrere Wünsche erfüllt, man erfüllt nur einen davon, dann, äh, und man sagt dann, yo, das war's für erst mal, dann zerstreuen sie sich wieder, und sie sind einfach nach vier Monaten dann wieder aktiv und nicht erst nach einem Jahr. Ich werde einfach direkt auf den Schuss, okay? Goten und Trunks sind beide gut. Aber Gohan und Vegeta, sie wurden durch Majin Buu gebetet. Huh? Gigi? Vegeta! Nein! Er kann nicht! Listen to me, people of Earth! I am using magic to speak to all of you telepathically. Now, close your eyes. I have something I'd like to show you. My name is Bobbity, and I am a terrified and powerful wizard. And this here is my loyal servant, the even more frightening, Margin Buu. What is this? Are, are, are you seeing this too? Hey, what kind of freaky crap is this? I've run into a bit of trouble today, you see. And now, I'm looking for three troublemakers. This one, this one, and this one. If I cannot find these three fools, well, allow me to show you what will happen. All right, Margin Buu, do it! Hey! That monster! What has he done? I will warn you one more time. You must tell me where those three are. If you do not, we will exterminate every last one of you five days from now. I eagerly await your reports. Damn that bug-eyed bastard. So those are the guys that killed Vegeta and Gohan. We can't let there be any more casualties. I'm going to confront them. No! Think about it. If you die on us, there won't be anyone to teach Goten and Trunks how to fuse. We have the Dragon Balls. We can use them to repair any damage done and bring back anybody that's been killed. You get it? Hmm. Fine. You're... You're lying! My dad wouldn't lose to someone like that! My big brother's dead! Stop it! Now's not the time for tears. If you want to avenge them, focus on learning this new technique. Let's get started! Everybody pay close attention! People of Earth, I've just received some very interesting information. One of the three troublemakers I'm searching for, Trunks, supposedly lives at a place called Capsule Corporation in West City. I think we might head there next. For everyone's sake, he had better be there. I would show myself if I were you, Trunks. Your home won't be around much longer if you don't. Oh no! My grandpa and grandma are still at the house! Goku! Did you hear that just now? My mom and dad are done for! And so is West City for that matter! It'll be fine, Bulma. We'll bring them back with the Dragon Balls. You don't get it! If my lab gets destroyed, so does the Dragon Radar! The radar requires special parts that you can't just get anywhere! Which means we won't be able to summon Shenron! What? That is a problem. Alright, Trunks, hurry back home and try to find the Dragon Radar. Okay, I'll try to stall Babidi and Majinbu as long as I can. Are you sure? Aren't you just gonna get your butt kicked? Hmm, I can distract them for at least a little bit. Anyway, hurry, before they get to West City! Okay, jetzt geht's damit schon weiter. Das wird's natürlich sehr, sehr cool. Wenn man mal bedenkt, das kommt jetzt schon, obwohl ich jetzt gerade eben erst in Super Saiyan 2 gelernt hab, das ist eben das, was ich meine. Okay, Son Goku, wir haben viel zu tun. Ich hoffe, ich kann Trunks genug Zeit kaufen. Oh. Ähm. Okay. Äh. Wir sind sehr nah dran. Gibt es irgendwo... Oh, ich kann gerade nicht mal zu Gottes Versteck. Okay. Es gibt auch keine Side Quest, die wir erledigen können. Das ist tatsächlich in Ordnung. Das ist in Ordnung. Dann würde ich mal sagen, meine Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal einfach hier in Ordnungsstelle wieder und dann versuchen wir mal Majin Buu beziehungsweise Babidi aufzuhalten beziehungsweise ein bisschen Zeit zu schinden, damit Trunks seine Großeltern kurz noch retten kann. Also gut, meine Freunde, das war dann mal Let's Play Dragon Ball seit Kakarot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Oh mein Gott, ich kann Brachenfaust aktivieren. Ciao.